Nachdem wir jetzt ein grundlegendes Verständnis von Matrizen haben, wollen wir jetzt ein paar Operationen angucken, und zwar die einfachsten, die man auf diesen Matrizen machen kann. Und die erste Operation, die wir da angucken wollen, das ist das sogenannte Transponieren. Sehen Sie sich noch an das Beispiel von Alice und Bob, die Bier und Radler trinken. Also stellen wir uns vor, wir haben wieder Alice, Bob und damit es ein bisschen interessanter wird, dann noch Karl, und die gehen aus und trinken Bier beziehungsweise Radler. Und wir stellen uns vor, Alice trinkt ein Bier und drei Radler, Bob zwei Bier und zwei Radler. Und Karl, sagen wir mal, gar kein Bier, sondern nur vier Radler. Dann haben wir jetzt in dieser Darstellung hier eine Matrix vorliegen. Das ist, ich markiere das einmal, das ist jetzt eine Matrix. Und diese Matrix hat drei Zeilen und zwei Spalten. Und wir sehen jetzt quasi so eine Zuordnung, da wissen wir, aha, was hat Alice getrunken, was hat Bob getrunken, was hat Karl getrunken, also Alice, Bob und Karl. Das Ganze kann man natürlich auch in einer anderen Darstellung wollen. Und man könnte jetzt natürlich auch gucken, wenn ich jetzt von der quasi Wirtsperspektive zum Beispiel gucke, interessiert mich vielleicht eher, wie viel Bier bin ich losgeworden an die verschiedenen Personen. Und das kann man natürlich auch so rum aufschreiben. Und man könnte sich auch überlegen, okay, wie viel Bier wurde denn getrunken und wie viel Radler wurde getrunken. Und jetzt wieder entsprechend von Alice, Bob und Karl. Na ja, Alice hat getrunken ein Bier, drei Radler, Bob zwei Bier und zwei Radler und Karl null Bier und vier Radler. Das sind quasi ganz ähnliche Informationen, es ist nur andersrum dargestellt. Und diese andere Darstellung hier unten, das ist jetzt eine 2 Zeilen mal 3 Spalten, also 2 mal 3 Matrix. Und die Operation, die wir gemacht haben, um von oben nach unten zu kommen, das ist genau das besagte Transponieren. Also von hier nach hier. Das nennt sich Transponieren. Und da ist einfach die Idee, dass man Zeilen und Spalten entsprechend vertauscht. Also alles das, was eine Zeile ist, wird zu einer Spalte und umgekehrt. Also hier haben wir entsprechend die Spalte der Biere und die wird zu einer Zeile der Biere. Bzw. hier haben wir die Spalte der Radler, die wird hier zu einer Zeile der Radler. Oder umgekehrt, wir haben hier eine Zeile dessen, was Alice getrunken hat, das wird jetzt zu einer Spalte. Und wenn man so vorgeht, dann transponiert man eine Matrix. In der formalen Beschreibung liest sich das so ein bisschen weniger anschaulich. Da sagen wir, wir haben A eine M kreuz N reelle Matrix mit M Zeilen und N Spalten. Dann erhalten wir die transponierte Matrix, die wir mit so einem hochgestellten T bezeichnen, als Matrix mit N Zeilen und M Spalten, einfach durch vertauschen von Zeilen und Spalten. Und wenn man das Ganze zweimal macht, dann erhält man natürlich wieder die Ausgangsmatrix. Und das ist genau das, was hier diese Regel sagt. Wenn ich eine Matrix transponiere und das Ergebnis nochmal transponiere, dann erhalte ich die Matrix, mit der ich am Anfang gestartet bin. Die zweite Operation, die ich mit Ihnen angucken möchte, ist die Addition. Und auch da stellen wir uns wieder das Alice und Bob Beispiel vor. Wir haben also wieder Alice, Bob und Carl, sagen wir mal. Und die trinken wieder Bier und Radler. Und Alice ein Bier, zwei Radler, Bob zwei Bier, zwei Radler, null Bier und drei Radler. und das ist sagen wir mal das, was er am Freitag trinken. Und sie gehen am Samstag, gehen wieder aus, wieder gleicher Laden. Wir haben wieder Alice und Bob und Carl und sie trinken wieder Bier und Radler. Und Alice trinkt jetzt vielleicht mal zwei Bier und ein Radler. Bob zwei Bier und drei Radler. Und Carl probiert doch mal das Bier und hat dafür ein Radler weniger. Und das ist das, was er vielleicht am Samstag trinkt. So, was wir jetzt haben, sind zwei Matrizen, wenn man scharf hinguckt. Also, das hier ist eine Matrix. Das ist das, was am Freitag getrunken wurde. Das ist das, was die Gruppe am Samstag getrunken hat. Und was man jetzt natürlich wissen wollen würde, ist, wie viel haben sie am Wochenende getrunken. Und das, was wir also bestimmen wollen, ist die Addition der beiden Matrizen und rausbekommen, was haben sie am Wochenende getrunken. Und das machen wir einfach komponentenweise. Wir gucken, was hat Alice am Freitag getrunken, was hat sie am Samstag getrunken und addieren das entsprechend. Und das mache ich einfach vor. Also, wenn ich das addiere, kriegen wir eine Matrix raus. Wieder für Alice, Bob und Carl. Für Bier und Radler. Bier und Radler. Und die Einträge. Alice hat Freitag ein Bier und Samstag zwei Bier, macht insgesamt drei Bier. Sie hat zwei Radler plus ein Radler, macht drei Radler. Bob hat entsprechend zwei Bier plus zwei Bier hier, macht insgesamt vier Bier. Er hat zwei Radler am Freitag, drei Radler am Samstag, macht fünf Radler. Und entsprechend Karl hat null Bier plus ein Bier und drei plus zwei Radler. Also insgesamt ein Bier und fünf Radler. Und das, was hier rauskommt, ist wieder eine Matrix. Und das ist einfach die Summe der beiden Matrizen. Und so addiert man Matrizen eben komponentenweise. Und auch das gucken wir noch einmal formal an für allgemeine Matrizen. Wenn wir zwei Matrizen haben, A und B, jeweils mit diesen Einträgen A, J und B, J, dann ist die Summe A plus B komponentenweise definiert. Das heißt, A plus B ist jeweils das, was man erhält, wenn man die entsprechenden Einträge an der gleichen Position jeweils aufaddiert. Und mit der gleichen Idee kann man natürlich auch die Differenz benutzen. Hierbei ist natürlich wichtig zu beachten, dass das Ganze nur funktionieren kann, wenn die Matrizen den gleichen Typ haben. Also die gleiche Zeilen- oder Spaltenzahl haben, weil sonst wird das ja nicht passen bei der Addition. Und weil diese Addition komponentenweise definiert ist, das heißt, wir machen de facto nur wiederholte Addition von reellen Zahlen, deswegen irbt die Matrixaddition natürlich auch die Eigenschaften der Addition von den reellen Zahlen. Also deswegen ist die Addition von Matrizen kommutativ. Das heißt, A plus B ist gleich B plus A. Kommutativitätseigenschaft. Und sie ist auch assoziativ. Das heißt, wenn ich drei Matrizen multipliziere, äh, drei Matrizen addiere, ist es egal, ob ich zuerst A und B addiere und danach C aufaddiere oder zuerst B und C addiere und danach A aufaddiere. Reihenfolge spielt keine Rolle. Das wird einfach geerbt von der komponentenweise Addition der reellen Zahlen, weil die Matrixaddition ja genauso definiert ist, komponentenweise eben. Und die letzte Operation, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die Multiplikation von Skalaren mit Matrizen. Und auch da starten wir wieder mit unserem Alice und Bob Beispiel. Also wir haben Alice und Bob, mal wieder Karl, warum nicht? Und sie trinken wieder Bier und Radler. Und sagen wir mal, Alice hat zwei Bier und zwei Radler. Bob hat vier Bier und vier Radler. Und Karl hat zwei Bier und vier Radler. Auch da haben wir wieder eine Matrix. Und das ist das, was Sie am Freitag trinken. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, angenommen, Sie möchten am Samstag das Doppelte trinken. Also es geht darum, das Doppelte. Was kommt raus? Na ja, wie viel muss Alice trinken? Alice, Bob, Karl. Wiederum Bier und Radler. Dann müsste Alice vier Bier und vier Radler trinken. Bob müsste acht Bier und acht Radler trinken. Was schon nennenswert viel ist offensichtlich. Karl müsste vier und acht trinken. Und die Matrix, die rauskommen würde, wäre eben das Doppelte. Was wir gemacht haben ist, wir haben jeden einzelnen Eintrag mit einem Skalar multipliziert. Und zwar mit zwei. Also mal zwei. Multiplikation mit einem Skalar. Das Ganze geht natürlich andersrum. Wir könnten natürlich auch nur die Hälfte trinken wollen. Und da würden wir multiplizieren mit ein Halb. Also, ich schreibe das mal hier hin. Mal ein Halb. Und die Matrix, die dann rauskommen würde. Deswegen habe ich die Zahlen so gewählt, damit man die schön halbieren kann. Weil das halbe Bier oder das halbe Radler würde vielleicht irgendwie komisch wirken. Deswegen sind die Zahlen dadurch zweiteilbar. Ein Beispiel. Aber prinzipiell funktioniert das natürlich auch. Also, wir werden es dann nur noch ein Bier und ein Radler. Zwei Radler. Und entsprechend ein Bier und zwei Radler. Und so funktioniert die Multiplikation von Matrizen mit Skalaren. Auch das einfach komponentenweise. Jeder einzelne Eintrag wird entsprechend multipliziert. Also, zwei mal zwei ist vier. Zwei mal zwei ist vier. Vier mal zwei ist acht. Und so weiter. Geht natürlich auch mit Brüchen. Zwei mal ein Halb ist eins. Und so weiter. Also, komponentenweise. Und auch das gucken wir noch einmal formal an für beliebige Matrizen. Angenommen, wir haben eine reelle Zahl Lambda und eine Matrix A aus R hoch M Kreuz N. Also, eine Matrix mit M Zeilen entspalten. Dann ist das Produkt, das schreiben wir als Lambda A, komponentenweise definiert. Das heißt, wir schreiben Lambda A. Das ist das gleiche wie A mal Lambda. Das ist also für uns egal, ob wir von rechts oder mit links dran multiplizieren. Einfach als komponentenweise Addition. Das heißt, jede einzelne Komponente, jedes A, J, was da drin steckt, das wird mit Lambda multipliziert. Und das, was rauskommt, ist entsprechend Lambda mal A mal Groß A. Wenn Sie sich an der Stelle fragen, warum taucht hier plötzlich so ein griechischer Buchstabe auf? Das ist damit das Klare ist, dass es ein Skalar ist, damit man das besser sehen kann, man besser unterscheiden kann, als wir ein Skalar mit einer Matrix multiplizieren. Das ist der Grund, warum das hier gewählt wird. Und aufgrund dieser komponentenweise Definition, da erben wir auch wieder Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist natürlich das Assoziativgesetz. Das heißt, Lambda mal µ A ist das gleiche wie Lambda mal µ und das Ganze mal A. Weil hier bei µ mal A wird jede einzelne Komponente in Groß A mit µ multipliziert und danach wird jede einzelne Komponente in dem Ergebnis nochmal mit Lambda multipliziert. Das heißt, das, was wir am Ende gemacht haben, ist jede Komponente mit dem Produkt aus Lambda und µ multipliziert. Entsprechend gelten auch Distributivgesetze, sowohl von links als auch von rechts. Das heißt, Lambda plus µ mal A ist das gleiche wie Lambda mal A plus µ mal A. Hier an der Stelle folgt das direkt aus dem Distributivgesetz für die reellen Zahlen, weil es ja wieder komponentenweise definiert. Und ganz entsprechend gilt das auch für die Multiplikation mit der Summe von zwei Matrizen. Also Lambda mal Groß A plus B ist das gleiche wie Lambda mal Groß A plus Lambda mal B. Gucken wir das einmal am Beispiel an. Stellen wir uns vor, wir haben die Rechnung 1 plus 3 mal, und jetzt kommt die Matrix, das ist irgendwie minus 1, 2, 0 und 3, sagen wir mal. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, was wir rechnen können. Wir können natürlich rechnen, das ist 1 plus 3 ist 4. Das heißt, das ist nichts anderes als 4 mal minus 1, 2, 0, 3. Und wenn ich das ausrechne, also das, was ich gerade male, sind einfach um 90 Grad gedrehte Gleichheitszeichen. Das ist dann die Matrix minus 4, 8, 0 und 12. Das ist die eine Möglichkeit, was wir rechnen können. Wir können aber jetzt auch das Distributivgesetz anwenden. Wir können sagen, naja, das ist nichts anderes als 1 mal die Matrix minus 1, 2, 0, 3 plus 3 mal die Matrix minus 1, 2, 0, 3. Und wenn ich das ausrechne, ist das natürlich nichts anderes als minus 1, 2, 0, 3 plus minus 3, 3 mal 6, 0, 9. Und wenn ich die beiden aufradiere, wieder komponentenweise, also minus 1 plus minus 3 ist minus 4, also minus 4, 2 plus 6 ist 8. Also 8, 0 plus 0 ist 0 und 3 plus 9 ist 12. Das heißt, über diesen Weg habe ich die gleiche Matrix erhalten und man sieht, die beiden Wege sind gleich. Das ist das Beispiel für das erste Distributivgesetz. Gucken wir auch noch ein zweites Beispiel an für das entsprechende zweite Distributivgesetz. Und wir stellen uns vor, wir rechnen 3 mal und jetzt zwei Matrizen. Die erste Matrix soll sein, 0, minus 1, 1 und 2. Das ist die erste Matrix. Und die zweite Matrix soll sein, 0, 1, 1, 0, sagen wir mal. So, was wir jetzt zuerst machen können, ist, wir können entweder zuerst die beiden Matrizen aufaddieren. Dann bleibt die 3 da stehen und wir addieren die beiden Matrizen. 0 plus 0 ist 0, minus 1 plus 1 ist auch 0 und so weiter. Das schreibe ich mal auf. Also, 0 plus 0 ist 0, minus 1 plus 1 ist ebenfalls 0, 1 plus 1 ist 2 und 2 plus 0 ist ebenfalls 2. Das heißt, das ist die Matrix, die rauskommt. Und wenn ich die mit 3 multipliziere, ist das die Matrix 0, 0, 6, 6. Und das kann ich natürlich andersrum machen. Ich kann auch das Distributivgesetz anwenden. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Das ist nichts anderes als 3 mal. Und jetzt die Matrix 0, minus 1, 1 und 2 plus 3 mal die Matrix 0, 1, 1, 0. So, wenn ich das ausrechne, ist das 3 mal die linke Matrix. Das ist die Matrix 0, minus 3, 3 und 6. Und die rechte Matrix mit 3 multipliziert ist 0, 3, 3, 0. Und wenn ich die beiden aufaddiere, kommt raus, 0 plus 0 ist 0, minus 3 plus plus 3 ist ebenfalls 0, 3 plus 3 ist 6 und 6 plus 0 ist ebenfalls 6. Also, anderer Weg, gleiches Ergebnis natürlich. Natürlich, Distributivgesetz gilt ja. Und das, was rauskommt, völlig egal, welche Reihenfolge wir es machen, ist natürlich das Gleiche. Das ist eben ein Beispiel für das zweite Distributivgesetz, was wir gesehen haben. Und das waren die ersten grundlegenden Operationen, die man mit Matrizen machen kann.